So liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play Blog. Ja, ähm, was wollen wir hier jetzt klären? Erstmal wo mein Zettel liegt, doch das heißt. Ja, was halt momentan aktuell ansteht, ne? Ist jetzt auf meinem Zettel, jetzt nicht mehr. So. So. Wir wollen heute, äh, so ein bisschen so einen kleinen Überblick geben, äh, wie es so steht mit unseren Let's Plays. Genau. Und so weiter, weil wir jetzt Grandia eben fertig gemacht. Genau. Also nicht zusammengeschlagen oder so, sondern halt beendet. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an mit Dragon Age, ne? Ja, genau. Kann ich sagen. Also. Ja, Dragon Age geht halt jetzt von dieser, man könnte sagen Winterpause, halt jetzt weiter. Ja. Also von, wie viele Parts haben wir da eigentlich? Part 50, ne? 50, ja. Genau. Genau, 50. Also 51 wird's dann weitergehen. Mhm. Logischerweise. Jetzt hab ich schon ein Stück drauf. Äh, ja, was meinst du, also du hast ja jetzt nochmal neu eingeschätzt, was meinst du, wie viele Parts das werden am Ende? Ja, also wir haben geschätzt, also ich habe, ja wir, ne ich habe geschätzt. Ich habe ja keine Ahnung. Denke mal, höchstens 200 wird sich's beziehen auf 200. Mh. Höchstens. Na? Und. Mh. Müssen dann halt mal gucken, wie weit das wird, aber wie gesagt, ich gehe mal von 200 aus. Mh. Ja, ähm, soweit zu Dragon Age. Oder? Ja. Willst du noch was zu Dragon Age sagen? Äh, eigentlich nicht. Da ist auch eigentlich nichts Neues und, ähm, ja, von daher machen wir weiter. Ja, nächstes Ding wäre dann auf jeden Fall World of Warcraft. Äh, World of Warcraft wird ja, äh, neu gestartet, und zwar heute. Also das ist, im Endeffekt, brauche ich das gar nicht sagen, weil es völlig irrelevant ist, der Block wird eh viel, äh, eher oben sein als der nächste WoW-Part, obwohl das kann schon. Ich wollte gerade sagen, den Block werde ich heute Abend Deck ihm hochladen. Wunderbar. Ähm, ja, also wir starten WoW neu. Ich hatte ja schon mal, ne, hatte ich gar nicht. Also, Gründe dafür sind eigentlich, ähm, ja, hat das Let's Play bisher nicht so ganz dolle gefallen, dolle gefallen, oh Gott. Nein, ich habe keinen Akzent, ich tue nur manchmal so unfreiwillig. Ähm, nicht so ganz dolle gefallen, und deswegen wird es einfach nochmal neu gestartet. Ich habe auch keinen Bock auf Charmy, muss ich zugeben. So, auf, äh, Schamane. Mir ist das eigentlich vollkommen egal, wenn ich da mal zur Stellung beziehen kann. Ich spiele eigentlich jede Klasse gerne, außer, punkt, 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 punkt. Äh, wenn man sich zu viel anstrengen muss. Also, Tank. No, Tank spiele ich vor allen Dingen richtig gerne. Ich meine mal, ich... Ja, Tank wurde auch anstrengend, glaub mir. Ich hab, ich wollte gerade sagen, ich habe ja einen Tank. Wenn ich die Idee richtig rausnuken, wird das richtig heftig. Ja. Das ist nicht witzig. Das stimmt. Ich war... Ne, das kann ich ja später erzählen. Ja, ähm... Ja, außerdem habe ich, ähm, mittlerweile den Server gewechselt, also wir werden nicht mehr auf Tyronreus spielen, sondern wir werden auf D-Aldor spielen. Das Ganze ist ein RP, PVE-Server. Äh, ich werde mit dem Char höchstwahrscheinlich auch RP machen, aber nicht on-screen. Das heißt, äh, wir werden... Also ich werde... Es gibt einen Add-on, damit kann man den Text mitloggen. Ich werde diese Texte, als ich denke mal, RTF-Dateien hochladen, dass die entweder einsehbar sind oder runterladbar sind. Runterladbar, geiles... Geiler Ausdruck. Äh... Ja, was werden wir angespielen? Wir werden Jäger spielen, kann ich auch kurz sagen. Blood Elf Jäger. Und ich denke mal, so als kleiner Ausblick, ich denke mal, dass wir wirklich, äh, wenn... Wie heißt es denn jetzt? Wenn Mr. Pandaria draußen ist, dass wir dann noch nicht fertig sind. Nehme ich jetzt zwar schwer an, aber das können wir ja dann im Nachhinein noch sehen. Ja, näheres denke ich mal, kommt dann im ersten WoW-Part, also... Ich will ja jetzt auch nicht zu lange drüber reden. Ja, das geht leider. Denn es gibt ja noch andere Themen, wie pausierte... Böööö, schwere Worte. Mensch, erst denken, dann reden. So, jetzt nochmal auf ein neues. Pausierte Projekte. So, ich würde sagen, du kannst ja gleich mal anfangen mit deinem pausierten Projekt, dass da wäre 4. Ja, also Dragon Age geht ja jetzt weiter, da ja, ähm, Dragon Age eine Winterpause hat, da hatten wir ja 4 angefangen. und ja, da jetzt Dragon Age logischerweise weitergeht, wird 4 eingestellt, weil wir könnten oder, ja doch, wir ne, stimmt, wir könnten das nicht machen, aber wir wollten gerne halt so viele wie möglich laufen lassen, aber könnten nicht, wegen dem Zeitfaktor halt, und das wird echt lahm, also das, dann kommen wir vielleicht bei einem ja, dann kommt ja vielleicht bei einem Let's Play ein Part irgendwann mal raus, und das war's, weil wir nicht mehr so viel aufnehmen können, aber so viele haben. Ja, es gibt ja Leute, die gucken uns wirklich nur wegen 1 oder 2 Let's Plays, daran ist ja nichts auszusetzen, ich meine, ich gucke auch viele Leute nur wegen 1 oder 2 Let's Plays, aber da müssen diese Leute eben an den anderen warten, das ist, ich sag mal so, das würde ich den Leuten einfach nicht zumuten, also denen, die uns dann gucken. Ja, bist du soweit? 4? Moment, 4 bin ich noch nicht fertig, ja, und wie gesagt, 4 wird dann erstmal pausiert, und ich gehe da mal von aus, so 1, 2 Monate. Mhm. Das war auch mal vorankommen quasi, bei Dragon Age. Ja, ja. Und dann wird das aber irgendwann weitergehen, und ich denke mal, dann werden wir auch 4 durchschaffen. Mhm, dann ist aber Dragon Age auch noch längst nicht durch, ne? Äh, nee, der Dragon Age müssen wir dann nochmal. Vielleicht, ich denke mal, Dragon Age müssen wir, also Dragon Age wird ja jetzt weitergehen, und ich denke mal, dann müssen wir leider 3 Mal noch unterbrechen. Mhm. Weil wir sind erst bei 50, und das, wie ich vorhin schon gesagt habe, es werden eventuell 150 Parts. Ja. Also, ich gehe mal von 3 Mal Unterbrechung noch aus. Mhm. Gut, ja. Ja, das war's eigentlich von 4. Dann kann ich ja kurz was zu Mirror's Edge sagen. Mirror's Edge ist pausiert für WoW. WoW wird natürlich auch wieder pausiert werden, das ist ganz klar. Ich weiß noch nicht wo, ob ich's vom Level oder von den Videos abhängig mache, oder äh, von beidem, oder von keinem, oder von Weltuntergang, wir haben keine Ahnung, Oh, von Weltuntergang. Nee, ähm, aber WoW, äh, WoW sag ich schon, äh, Mirror's Edge wird auf jeden Fall noch zu Ende geführt werden. Wir sind jetzt ungefähr, na, Hälfte ist es noch nicht, also Drittel vielleicht, schätze ich. Dazu mal kurz eine Anmerkung, wenn ich darf. Wie du eben schon gesagt hast, Mirror's Edge wird auf jeden Fall zu Ende gemacht. Es wird jedes Let's Play WoW zu Ende gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn uns ein Let's Play nicht liegt, beziehungsweise wir darauf keinen Bock haben, dann kann natürlich mal sein, dass es ein, zwei, drei Monate mal, oder vier... Es kann auch ein Jahr werden. Oder ein Jahr werden, dass es mal still liegt. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ja, wenn's extrem ist, kann's auch ein Jahr werden. Also, wir lassen uns da, muss man jetzt auch mal so hart sagen, wir lassen uns da auch nicht reinreden, oder so. Nee. Ähm, wir können das ja verstehen, wenn's da viele Leute gibt, die, äh, ein Let's Play gerne sehen möchten. Mhm. Aber, ähm, es ist immer auch unsere Sache. Und die meisten Spiele, die wir spielen, machen uns auch Spaß, deswegen spielen wir sie ja auch. Ja, klar. Ja, und selbst wenn wir uns neu starten, müssen wir jetzt W.O.W. Gut, ähm, klar, M.O.W.E.G. wird zu Ende gemacht. Ähm, gibt eigentlich nicht viel zu sagen zu M.O.S.E.G. also. Wann wird es weitergeführt, ist jetzt die nächste Frage natürlich. Gute Frage eigentlich. Ja, wie gesagt, es wird weitergeführt, wenn W.O.W. pausiert ist. Und wenn W.O.W. pausiert ist, kann ich echt noch nicht sagen. Also, das müsste man dann sehen. Das kommt halt drauf an, ne? Ja, gut. Ja, so. Ja. Haben wir da noch etwas? Nö. Ja, dann können wir vielleicht noch mal kurz, äh, sowas labern, halt, was jetzt, äh, ansteht, was jetzt kommt. Weil, ich denke mal, wir haben jetzt ein neues Let's Play, weil ja Grandia vorbei ist, wo ich gleich aber zu näher komme. Aber da komme ich direkt zum Let's Play ganz genau drauf, aber ich will es nur anmerken, aber das komme ich, dazu komme ich gleich. Ähm, jetzt aber erst mal, ähm, ja, was wollte ich denn sagen? Ja, genau. Ähm, es ist, ich kann es ja jetzt auch schon sagen, ist ja eigentlich egal, Zanzara. Kennt keiner so. Aber dazu, naja, das kennt kaum jemand, aber dazu sag ich jetzt nichts mehr, weil das will ich alles im Let's Play da am Anfang, sonst wäre das scheiße. Ja. Ähm, so viel sei gesagt, ähm, Grandia ist ja jetzt vorbei, Zanzara geht weiter, und das werden halt die einzigen beiden Spiele sein, die ich noch dazwischen schiebe, weil halt einfach, ganz einfach, ähm, ja, äh, warum eigentlich? Weil, ähm, die sehr kurz sind, Grandia hat man ja auch gesehen, eigentlich, was ist ja jungen? Ja, 110 Parts. Ja. Resident Evil waren 50. Ja gut, aber bei Resident Evil waren immer fast 14 Minuten, Ab und zu mal 11, aber bei, äh, und bei Grandia waren die ganze Zeit 11 Minuten. Ja, gut, Grandia ist auch ein Adventure-Spiel, also das kommt auch aufs, aufs Genre an. Ja. Ja, klare Sache. Ja, und wie gesagt, also da steht da nichts eigentlich weiter an, außer dieses eine neue Let's Play, was wir hier nach, nach dem Blog Let's Playen werden, aber da der Blog zuerst oben sein wird auf YouTube und ich denke mal, dann das neue Let's Play, äh, ja, ich gehe da mal von aus, ein, zwei Tage später, hier, ne, Quatsch, doch, ein, zwei Tage später eventuell und, äh, ja, da müssen wir halt mal sehen, ähm, wie das dann halt wird und wie ich denke mal, das ist ein Let's Play, wo wir sagen, weil, ich gehe mal von aus, acht Stunden, wenn der Onion mitspielt und ich gehe da mal stark von aus, dass das gut, fünf, fünfzig Parts eventuell werden und wie gesagt, das Spiel werden wir auch durchspielen, aber ich denke mal, da werden wir vielleicht ein, drei, ein bis drei Monate Pause zwischen immer machen, kommt je nach drauf an. Mhm. Ja, und ich finde, mehr oder gibt es nichts Neues zu sagen eigentlich. Also ich wüsste nichts Neues. Ja, gut, dann würde ich sagen, war das unser Blog Nummer One Mhm. Vom Let's Plays. Ja, bin ich dabei. Von den Let's Plays. Und ja, wir sehen uns dann bei den Let's Plays wieder. Ja. Oder bei dem nächsten Blog. Ja, ich glaube, ja bei den LPs. Ja, bis dann. Gut, tschüss. Tschüss.